Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und heute habe ich dir in dieser Podcast-Quick-Tipp-Episode meine sieben besten Tipps für Newsletter mitgebracht. Das heißt, ich erzähle dir heute von sieben Selbstständigen oder Online-Unternehmern, die einen aus meiner Sicht lesenswerten Newsletter haben. Du findest, das schon mal als Info vorab, natürlich alle Infos auch nochmal in den Shownotes, damit du dir nichts mitnotieren musst, sondern du kannst das dann einfach im Nachgang zu dieser Podcast-Episode nachlesen. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und in diesem Podcast erfährst du als Online-Selbstständige und Unternehmerin, wie du mehr Ordnung in deinem Marketing-Chaos bringen und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. In diesen Quick-Tipps zeige ich dir, wie du in nur fünf Minuten ein wichtiges Learning für dich und dein Business mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser Quick-Tipp-Episode. Wie gesagt, heute möchte ich dir sieben Online-Selbstständige oder UnternehmerInnen vorstellen, deren Newsletter ich lesenswert finde. Und natürlich ist dies nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt in einer riesen Bubble von Menschen, die ich gerade spannend finde, deren Newsletter ich spannend finde, die Art, wie sie schreiben, spannend finde. Und ich möchte dir diese Informationen quasi als Ideenpool mitgeben. Ja, dass du dir vielleicht die Newsletter abonnierst, sie dir anschaust, dir anschaust, wie die Leute schreiben, wie sie ihre Themen vermitteln und ja, dir vielleicht auch ein bisschen Beispiele oder ja, Ideen daraus ziehen kannst, wie auch du deinen Newsletter gestalten könntest. Ich habe bewusst in dieser Podcast-Episode auf amerikanische und englischsprachige Newsletter verzichtet. Das vor allen Dingen deshalb, weil ich das sprachlich teilweise ein bisschen schwierig finde und ich mich einfach auf den deutschen Markt beziehungsweise auf den Dachmarkt fokussieren wollte. So, jetzt aber genug der Vorrede. Der erste, den ich dir nennen möchte, ist Tim Gehlhausen. Vielleicht hast du von Tim schon mal gehört. Tim ist Copywriter und unterstützt dabei, durch bessere Texte die Conversions zu erhöhen. Und ich abonniere schon seit einer ganzen Weile Tims Newsletter und ich finde ihn wirklich, wirklich lesenswert. Ich glaube, er schreibt zwei- oder dreimal die Woche. Tims Newsletter lese ich alle. Die verschiebe ich auch nicht in mein Newsletter-Fach, sondern ich lese sie. Und wenn da etwas drin ist, was ich umsetzen möchte, dann schicke ich sie mir direkt per Kurzbefehl quasi an mein Trello-Board, damit ich das, was er da als Impuls mitgibt, auch direkt umsetze. Tim hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr cooles Verständnis vom Online-Business und natürlich total viel Ahnung, was Copywriting angeht. Ich besuche auch seine Kurse tatsächlich und ich finde die auch sehr gut und sehr umfassend. Und ja, also Tims Newsletter kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Der nächste, den ich nennen möchte, der ist vor allen Dingen für die PodcasterInnen unter euch interessant und das ist Gordon Schönwälder. Gordon ist ja, ja, wie soll man das sagen, der Podcast-Papst oder zumindestens der Podcast-Held im Dachraum und dank ihm gab es meinen ersten Podcast, Pinja-Podcast und dank ihm gibt es auch diesen Podcast, den du gerade hörst, weil ich so, so, so viel von ihm gelernt habe. Und nur deshalb war ich in der Lage, diesen Podcast zu dem zu machen, was er ist. Ich habe von ihm gelernt, wie man für den Podcast einen Redaktionsplan sich entwickelt und über das ganze Jahr Ideen entwickelt, sodass man sich nicht lange überlegen muss, worüber rede ich denn jetzt, sondern das quasi schon planen und vorbereiten kann. Und ja, also ich habe eine Million Sachen von Gordon gelernt und ich finde seinen Newsletter sehr, sehr gut, weil er unglaublich ehrlich ist in seinen Newslettern und weil es eben einer der wenigen Podcast-Newsletter ist und deswegen mag ich ihn sehr, sehr gerne. Die dritte, die ich nennen möchte, ist die Alexandra Polunin oder der Newsletter von der Alexandra. Die Alexandra ist ehemalige Pinterest-Beraterin, so habe ich sie auch kennengelernt. Ich habe damals auch Kurse von ihr besucht und ich habe auch gemeinsame Sache mit der Alexandra gemacht. Und jetzt ist sie seit 2022, glaube ich, ganz ohne Social Media unterwegs. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, weil sie wirklich sagt, man kann ganz ohne Social Media unterwegs sein und trotzdem Umsatz machen. Und ich liebe Alexandras Art zu schreiben. Sie hat auch Germanistik, glaube ich, studiert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall schreiben kann sie unglaublich gut. Auch ihre Blogartikel sind absolut lesenswert. Und deswegen möchte ich dir auch Alexandras Newsletter auf jeden Fall ans Herz legen. Die vierte Person, die ich nennen möchte, ist der Schreib sucht die Walter Epp. Von dem hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Walter gibt Schreibtipps für Blogger, Texter und Autoren und teilt auch Tipps zu mehr Traffic, Abonnenten und Umsatz als Blogger. Und ja, Walters Newsletter ist, glaube ich, legendär. Er verschickt, meine ich, dreimal die Woche Newsletter. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich aktuell abgemeldet habe. Das mache ich auch der Fairness halber immer deshalb, weil ich nicht in der Newsletter-Liste von jemandem drin sein möchte und dann die Newsletter umgelesen lösche. Und weil ich im Moment so viele Newsletter bekomme, entscheide ich mich dann auch schon mal aktiv dazu, jemanden zu entfolgen oder halt den Newsletter abzubestellen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht lang dauern wird und ich bestelle diesen Newsletter wieder. Leider ist Walters Newsletter genauso wie der von Gordon nur über ein Freebie zu haben. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, weil ich es auch als Unternehmerin, also wenn ich B2B arbeite, finde ich es auch ganz cool, wenn man einfach nur den Newsletter bestellen kann, ohne dass man jetzt unbedingt ein PDF oder irgendetwas dazu haben muss oder möchte. Aber Walter, da kannst du eben den Newsletter über das Freebie 11 Rezepte für unglaublich erfolgreiche Blogartikel dir bestellen und das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Tipp Nummer 6 ist ehemaliger Blogmojo-Schreiber Finn Hillebrand. Der hat seine Seite jetzt umbenannt, die heißt jetzt Gradually AI, weil er ja einen ganzen Schritt Richtung KI gemacht hat und er zeigt oder schreibt in seinem Newsletter eben darüber, wie Content Marketing im KI-Zeitalter funktioniert. Der Finn schreibt immer unglaublich ausführliche Newsletter, also das sind wirklich Blogartikel, die er da im Newsletter schreibt und die sind immer wirklich gespickt mit unglaublich vielen Infos rund um KI. Also er ist da wirklich im besten Sinne ein Nerd, ja, der unglaublich viel Ahnung von KI hat und wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir auch den Newsletter von Finn in den Shownotes. Die sechste, die ich nennen möchte, ist die Annalena Eckstein. Ich glaube, die Annalena schreibt eher unregelmäßig und ich meine, sie ist gerade irgendwo in Thailand oder so unterwegs, aber sie ist Kölnerin und ich mag ihre Art, Newsletter zu schreiben, unheimlich. Also ich mag sowieso ihre Art sehr gerne, sie ist ja auf dem Gebiet von Facebook Ads unterwegs und sie schreibt einfach wirklich coole Texte und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir Annalenas Newsletter abonnieren. Du findest ihren Newsletter über Kontakt auf ihrer Webseite, verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Last but not least möchte ich mit dir ein kleines Experiment machen, denn ich habe mich gestern zu einem Newsletter angemeldet. Der heißt Four Plus Million, glaube ich und der ist von der Kati Bruns. Ah ja, Four Million Plus heißt der genau, von Kati Bruns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Kati Bruns gar nicht. Ich habe das nur über Instagram entdeckt und ich finde ihre Idee total cool. In ihrem Newsletter geht es darum, also sie sagt, dieser Newsletter ist das Briefing für eine neue Selbstständigkeit. Sie verschickt ihn jede Woche und du kannst da eben Mitglied werden, ja. Sie erklärt auch genau, warum vier Millionen plus und zwar machen die Selbstständigen in Deutschland unter der Erwerbsbevölkerung unter neun Prozent aus. Also es gibt ungefähr 46 Millionen Erwerbstätige und nicht mal vier Millionen Selbstständige im ganzen Land. Und sie spricht genau über diese Themen, also über dieses Thema vier Millionen plus. Und ich bin total gespannt einfach da drauf und ich glaube, Newsletter sind auch eine tolle Möglichkeit, einfach neue Dinge aufzunehmen und auch zu schauen, ob einem taugt, wie jemand schreibt und ob das für einen selber interessant ist. Noch mal an dieser Stelle zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist, leg dir bitte eine extra E-Mail-Adresse nur für Newsletter an und switche auch sukzessive deine alten Newsletter. Ich finde es super wichtig, dass Newsletter nicht in dem normalen Business-Postfach landen. Diesen Tipp habe ich übrigens von Claudia Kauscheda, kleine Shoutout an dieser Stelle, sondern dass man eine extra E-Mail-Adresse hat, die man vielleicht alle drei Tage mal anschaut oder vielleicht auch nur alle fünf Tage oder nur zum Wochenende. Und wo man dann in den Newslettern stöbern und in Ruhe lesen kann, aber das nicht so zwischen Tür und Angel macht. Das ist auch fairer gegenüber denjenigen, die Newsletter schreiben. Zweite Sache ist, wenn du ein Newsletter nicht liest dauerhaft, dann sei so fair und bestell ihn ab. Das hat ja immer auch Auswirkungen auf die Öffnungsrate von denjenigen, die die Newsletter schicken. Und ich finde es absolut fair zu sagen, ich schaffe es einfach nicht, diesen Newsletter zu lesen oder das Thema ist gerade für mich nicht so interessant. Dann bestell den Newsletter einfach ab. Damit tust du demjenigen, der den Newsletter verschickt, einen größeren Gefallen, als dass du quasi in seiner Liste bleibst und die E-Mails einfach immer weglöscht. So, das war es mit dieser Quick-Tipp-Episode. Ich schaffe es einfach nicht, in fünf Minuten meinen Senf zu Themen abzugeben. Aber ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für dich mitnehmen. Lass mich gerne auch wissen, wenn du Newsletter abonniert hast, die lesenswert sind. Ich freue mich da immer über neuen Input. Dann schreib mir einfach an info at silkeschönweger mit oe.com, auch wenn es dein eigener Newsletter ist, sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger. Deine Silke Schönweger.